Ich hab auch fast genug für die... Ah ja... Ich wusste doch, ich hab irgendwas fast vergessen. Okay, zack, zack. Zack. Noch einer hier. Ich mein, der Vorteil war, dass ich hier schon welche hatte. Hier hab ich ja jetzt erst welche gebaut. Gebauen. Das heißt... Hier einer. Jetzt muss ich nur noch die Helden verteilen. Okay, da es hier recht am Rand ist, bekommst du den Bogenschützen. Du kriegst den. Ihr kriegt den, dann kriegt ihr den hier. Ich denke, kriegt ihr den Dolch und ihr den Damage-Dealer. Doch, weil der Dolch kann sich nicht so viel bewegen. Deswegen ihr Dolch, ihr Damage-Dealer. Ja. Okay, ich hab meine sechs Helden. Ich kann das auch nicht mehr upgraden. Voll. Und ab nächste Runde kann ich mich wieder voll und ganz nur auf Material fokussieren. Ich hab noch zwei Runden, wo ich Material sammeln kann. Beginnen wir. Nacht 8. Nacht 8. Okay, die kommen wirklich aus allen drei Richtungen. Ihr auch. Deswegen ist gut, dass der da ist. Und die hier. Okay. Auch wenn's doof ist. Ja. Zack. 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 Geh, er ist alleine. Zack. Zack. Okay, dann tust du mal deine Blocken hoch. Ich bin definitiv erst die Fernkämpfer. Okay, mit Moven. Okay, der den an sich schütteln würde. Okay, zu bänden. Gibt's schon ein paar mehr? Ja, ich weiß nicht, dass er jetzt abschießt. Aber mit den Basilisten bin ich jetzt endlich gut dabei. Wie viel? Wie viel? Ja, ich weiß nicht. Grob-Märchen! Ok, das wird gerecht. Ich bin jetzt nicht mehr. Geht rein! Torch! Torch! Ah, leider hat das nicht gereicht. Für die sind hinüber. Wäre auch komisch, wenn du es nicht die ganze Nacht könntest. Na guck mal, Gift 141. Was soll ich dazu noch sagen, 141. Das ist brutal. Okay, so. Giftet, fast auch tot. Sehr gut. Okay, mit Gift stirbt er dann auch. Okay, perfekt. Zum Glück. Mit den sechs Helden läuft das super. Ich kann ehrlich sogar überlegen, ob ich noch einen Helden traufe. Allein, damit ich die Fähigkeit habe, dass die Helden Merkmale haben. Ich muss mir überlegen, ob ich darauf gehe. Mit dem Elite, Lanza. Erfre. Du kannst wieder herausfinden. Khh. Du kannst wieder ein mehr Hilfe mit物 euxieren. Dir hast DU ihn gelesen. Der Dunkel. Okay, sie ist tot. Natürlich hat er überlebt. Komm schon. Geht doch. Okay, die meisten sind wegen dem... Geht es sowieso. Okay, nein, die haben wir schon lange geschafft. Locker. Einer hat noch 5 Aktionspunkte? Einer hat noch 5 Aktionspunkte? Oh, da hat er eben einen Gutschaden genommen. Okay, der kann sich so angreifen. Oh! 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 Ja! Okay, du ignorierst Abwehr Okay, nein, das muss ich leider jetzt so belassen Der ist einfach nicht so stark Ich möchte lieber den normalen Bogen Der ist viel besser als der normale Bogen Der ist viel besser als der andere Bogen Okay, vergiftet Du bist auch vergiftet Du bist auch vergiftet Oh, gut zu wenden Okay, ich finde die Armbrust echt nicht gut Okay, ich merke mir, Armbrust will ich sofort loswerden Okay, ich werde die Armbrust Und ich werde die Armbrust Ich werde die Armbrust Ich werde die Armbrust Okay, ich muss... Oh, ich muss mir jetzt wirklich gut überlegen, wie ich das mache. Oh, voll nein. Soll ich fast beendet, obwohl da hinten noch alle Gegner sind? Nein, leider nicht besiegt. Okay, 20% mehr Schaden. Ein Gift. Okay, das mache ich so. Ich muss mich hier wirklich konzentrieren, ich vergesse ab und an zu reden. Sollte ich ein bisschen besser darauf achten. Okay. Okay. Ich habe die drei. Ich kann jetzt Zuger so jetzt... Gehe von 44 mit der ganzen Verteidigung... Auf... 21. Muss man überlegen, meine ganze Verteidigung haben 23 Gegner getötet. 23. Nicht schlecht. Also 23 Gegner finde ich... Finde ich doch ganz in Ordnung. 24. 24. 25-35 26. 26. 28. 30. 27. 28. 27. 28. 29. 29. 30. 30. 30! So ganz nebenbei, ich glaub der Totti dient. Das war eine wirklich dumme Idee von mir dahin zu gehen. Aber wenn ich Glück habe, dann bin ich wirklich unverschämtes Glück. Könnt's doch mal was werden. Okay, ich kann jetzt nur zur Ausrede nehmen, ich wollte sowieso noch mehr Helden kaufen. Auch wenn's echt schade jetzt um das Geld ist. Aber jetzt habe ich wenigstens die Heldenquote. Auch wenn's wirklich, 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 wirklich schade um das ganze Geld jetzt ist. Hallo Gift. Okay, ich spring über. Subblenden, ja. Beide tot, wir haben gewonnen. Das einzige Schlimme ist, ein weiterer Held ist halt tot. Erstmal Nebelzug. Und ich muss einen Held kaufen. Einen Nahkampf-Helden. Denk schon mit Minus genau ich... Oh, Gift-Mana. Boah. Eigentlich? Ja, komm her. Druidenstab. Man hat nichts gesehen. Nochmal einen Bogen. Dann fähre ich mit der Belohnung. Vielleicht mit der Belohnung. Ich hoffe, dass ich noch einen Beuch bekomme. Wie zuallererst. Dieses Leben mit endlosen Kämpfen ist schrecklich. Ich würde lieber sterben. Das kannst du nicht. Wer, wenn nicht du, könnten dem Volk einen Hoffnungsschimmer bringen? Ohne dich sind sie nur verlorene Ameisen, die leicht von den Mächten des Bösen zerquetscht werden. Sie brauchen dich. Und ich. Für immer. Uiuiui. Helden haben insgesamt bessere Merkmale. Vielen Dank. Jetzt brauche ich noch neun Schmuckstücke. Neun Stück. Okay, hier. 3200. Erfahrung. Gesundheit. Rüstung. Ja, die Rüstung ist natürlich auch nicht schlecht. Ich nehm ein Schmuckstück. Komm schon durch. Ich. 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 Ich.